Hallo zusammen, ich bin Ruben Tschera und ich bin Jan Lehmann. Wir machen die Lehre als Metallbauer in der Surber Metallbau AG. Komm mit, wir zeigen dir einen kleinen Einblick in unseren Alltag. Wir bei der Firma Surber sind spezialisiert auf die Herstellung von Türen, Fenster, Stahlkonstruktionen wie auch Fassaden. Bei der Bearbeitung dieses Material wird ordentlich geborrt, geschnitten und geschliffen. Im zweiten Schritt werden alle Metallstücke verbunden. Da kommt das Schweissen ins Spiel. Wenn nötig wird auch ordentlich geschliffen und die Konstruktion optisch schöner zu gestalten. Bei uns bei Surber Metallbau wirst du ein junges und motiviertes Team zusammen mit modern eingerichteten Arbeitsplätzen finden. Darum, wenn du auf Freude am Handwerk, körperlich fit und teamfähig bist, dann bist du bei uns genau richtig. Wir haben jetzt unseren Alltag im Metallbau gesehen. Wenn es euch gefällt, bewerben wir jetzt.